einen schönen montag leute heute machen wir fußballerquiz nicht fußballer es geht um vereine swappen bevor wir loslegen gehen erstmal die grüße raus zwar an max aus rastadt und ruht herriss wahrscheinlich aus den englischen raum ja ich sag mal hi hallo so auf zum video so kann losgehen mal gucken wie gut ich bin aber logos müssen leichter kennbar sein oder ich glaube ich kriege heute mit ansagen los geht's manchester city borsadona Porto FC Chelsea Bayern München und die Antwort ist Nein, wir wollen ein Leuchte-Team Schenke, die Kleine können durch jeder Ah, ist Rom Sassuolo Jawoll. Paris Saint Germain. Oh nein. Jetzt gehen wir auf 9. Aston Villa. Und die Antwort ist... AC Mailand. Atletico Madrid. Atalanta Bergamo. Next question. Watford. Jawoll. Leicester City. The answer is... Villa Real. Halt. 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 Samporia Genua. Stuttgart. Halt. 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 ist den trafchen vielleicht beschickt uns Die Werbung für die Videos ist so nervig, aber an den Faktik kannst du die Werbung schnell loswerden. Schritt 1, geh auf epica360.de, Schritt 2, klick auf epica360.de. Florence, AC Florence. Manchester United. Alles richtig für dich, oder? Valencia. Die richtige Alternative ist... Torino Olympiak Lyon Athletic Bilbao Reinshot No, Celtic Glasgow Celtic Glasgow Alter, böse Verwitzler Sau Stempen Jawohl Start Rene Frankfurt Das ist Eberton Levante Breitenhof Albion Albion Brügel Seville Seville Wester Ah, there's a story to switch Wait Awesome Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.